Das ist aber jemand, der an der Rasse ist. Heik! Wir suchen hier noch eine Mutti. Du kommst gleich mal zu mir. Und dann kannst du wieder einen Namen sagen. Warte, aber seid zu lange bei mir. Wie heißt du? Wir suchen die Mutter von Thea. Hey, komm! Philipp Räser! Philipp Räser hat gewonnen! Mit der Nummer 34. Die Welt aus Feri in der Lokalmann hat er doch. Philipp Räser! Hey, Philipp, super! Philipp Räser, Sieger! Fünfter, das Feri in der Lokalmann, fünfter Samtsieger! Super, Greta! Super! Fantastische Leistung! Und Jan Grefe auf Platz 2. Trotzdem fantastisch! Super, Jan! Immer noch mit einer Spitzenzeit. 25,07 und trotzdem erstmal geschlagen. Jan, super! Herzlichen Glückwunsch! Einwandfrei! Jan kommt rein und nimmt seine Zeit. Und den dritten Wahnsinn ab. Wer ist das hier? Mit der Startnummer... 301, der ist das hier. Jetzt einen herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall für diesen Platz. Das ist der... Malte Skambat aus Brüberg. Herzlichen Glückwunsch! Und wir suchen die Mutti von der kleinen Thea. Mama von Thea. Wir haben die Thea hier. Hallo, kommt Thea. Die herzlichen Nachnamen. Thea Bölter sucht die Mama. Thea Bölter. Hallo, weck nach! An der Zielrampe sind wir. Wir sind an der Zielrampe. Thea Bölter. Und jetzt kommt der nächste Aschle. Lass mal sein, Thea. Die Mama ist da. Wunderbar. Und hier kommt die Jungs 24. Und die erste Brauswelt mit der 260. Mit der 224. Das war Johannes Racht. Herzlichen Glückwunsch. Die erste Frau. Die zweite Frau. Katrin Dahl. Wie viel kann die sein? 260. Und die 259. Das ist Franziska und Antje Maran. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen sie hier. Dritte Frau mit der 102. Das ist die... Nicole Ulbricht. Nicole Ulbricht. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommen sie stark auf stark. 31. Herzlichen Glückwunsch. Alle dritten. Hey Zuschauer, wo seid ihr? Applaus für alle, die hier reinkommen. Das sind super Leistungen. Die Nummer 31. Die Nummer 31. Das war Stefan Ernst vom Hansendom Beach Pit Show. Und hier kommt der nächste. Eine Schwimmerin. Jawohl, ein kleiner Applaus für diese Athletin, die immer noch super brennt. Oh hey. Mit der 165. Wer ist das? Oder war es ein Junge? Ich hoffe, es hat erkannt. Sorry. 165. Kann ich nicht. Das war André Bauschmann aus... Der Ralf Jienke. Der Ralf Jienke. Applaus Der Niko war hier am Ziel. Niko Beuster. Und wir freuen uns. Das ist der Thorsten mit seiner finitionellen Leistung. Finaliser 26. Herzlichen Glückwunsch aus Greifswald. Thorsten Lützberger. Und hier die nächste Dame. Herzlichen Glückwunsch. 3, 3, 6. Jettebund. Wir bemühen uns. Jettebund. An der SC Rostock. Herzlichen Glückwunsch. Super. Super Leistung. Das ist doch das Mittelfeld. Ja, die Damen und Herren. Hier geht es jetzt Schlag auf Schlag. Der nächste Pulk deutet sich an. Immer noch super Leistung. Alle so 30 Minuten ist sehr, sehr gut. Das sind Leute, die bestimmt mehrmals auch trainieren im Jahr. Weil mal kurz überschlagen, wenn es eine exakte Strecke ist, dann schwimmen die immer noch den 100 Meter Splitt unter 1,30 Meter. Also unter 1 Minute 30 im Schnitt. Das ist sehr, sehr gut im Freiwasser. Ja, so und jetzt kommen wir hier zu den nächsten Finishern. Es gibt noch kleine Positionskämpfe. Ich muss jetzt die Klang machen, dass wir alle da sind. Ich denke aber. 83. Da sind die 51. Thorsten. Und den haben wir hier. 53. Ich verlasse mich einfach mal auf die Namen, die jetzt kommen. Wenn wir müssen jetzt, können die nicht mehr alle nennen. Martin Jahnke war das hier aus Schwerin. Herzlichen Glückwunsch. Hier kommt die Nummer 194 194. Ich sag die Nummer, die Jungs sind hier. Sag die Namen. Thorben Schmidtke. Herzlichen Glückwunsch. Thorben. Das ist eine super Leistung. Einmal und zwei Geschwurm. Elbster Applaus mal für den Thorben. 350. Heike Braun. Und Heinz 57. Leopold Lindauer. Hier kommt Anne Prahl. Die stellen wir so. Herzlichen Glückwunsch. Anne, wie war's? Sehr schön. Dieter Frambo. Kommt ins Ziel. Glückwunsch. 29. 430. Das ist ganz einfach die Namen irgendwie. Hey, Glückwunsch. Thomas. Faustgrüße, mein Name bei ihr. Die nächsten Damen. Hier die 100. Wer hat die 100? Gigi Dolfberg. Herzlichen Glückwunsch. Und mein Applaus hier von allen Besuchern. Noch mal für die Athleten. Hey, Martina Hutschel kommt ins Ziel. Weltmeisterin jeweils im Schwimmel. Ihr Sohn Hannes ist Weltmeister geworden im Achter der Junioren. Gestern Applaus dafür. Und hier eine junge Athlete in 193. Hey, Lars Lars. Hey, Lars Lars. Clara Sander. Herzlichen Glückwunsch. 118 haben wir. Jawohl, Lars Lars. Ja, grabe Mann. Und hier kommen die Jungs und die Mädels. 120. Lars Großmann. Leipzig, Glückwunsch Lars. Vom hiesigen Polizeisportverein Jolin. Und hier kommt das nächste Feld. Und wo sind die Zuschauer? Wo sind die Applaus, Leute? Wo seid ihr? Hey, Marcel Kämpfer. Hier kommt die nächste Dame. Samen, sorry. Anne Kruger war dabei. 57. Ulrike Volkenland. Glückwunsch. Hier die nächste Feld 207. Gerhard Schröder, 290. Die sagt, die Mann. Die sagt, den wir. Herzlichen Glückwunsch. Super. Alles super. Maximilien empfangen. Hier sind die, die sind aber schon Ziel. Nein. Thilo Proskel. Drei. Möwe haben wir hier. Hier empfangen. Fünf durch. Einmal duschen alle. Jawohl. Die Jungs machen das. Hier kommt die Dörte Kamrau. Erdbeut. Wunschhörte, aufgefinisht. 31,52. 310. Der Mann mit der Bahnleitschaft, glaube ich. Kassel Hup. Und für die 274. 274. Das ist Felix Grünwald. Hey, Felix. Glückwunsch. 224 kommt es hier. Felix. Felix Werner. Norhoberfrau aus Schwerin. Und gewollt von Dagmar Flücker. 164 ist Dagmar Buschbeck. Immer noch in guten Zeiten. 32, 30. Die 99 kommt jetzt. Vorsicht, hier läuft es. Aber wir sind ja auch im Wasser. Er ist seit langen Strecken schwimmen. Wir wollen es nicht vergessen. 159. Christian Schäfer. Glückwunsch. Die nächste Dame. 175. Aus Berlin, glaube ich. Ja, nee, doch nicht. Kim Ribbe. Und die 360. Vorsicht auf der Rampe. Lisa Urlaub. Glückwunsch. 979. Das ist Maren Seliger. Glückwunsch, Maren. Oh, und schwingt doch. Schwingt. 354. 351. Herzlichen Glückwunsch. Wie war es? Mami. Petra. Petra. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Und das hier. 337. Klaus Gita. Jawohl. Klaus Gita ist auch da. Jetzt kommt die 140. 50. Die 140. Gut. Klaus Gita. Klaus Gita. Alltie beobacht. Und die Mäder. Wer? Das hat noch nicht. 350. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Vielen Dank.